Sankt Moritz braucht ein Lego-Lantier, können Kinder spielen und Spaß haben. In einem Lego-Haus können Kinder mit Lego spielen und Spaß haben, entweder nach Fantasie oder nach Anleitung. Wer mutig ist, fährt in einem Fünferwagen die Looping auf der Cobra-Bahn. In einem großen Wasserbecken kann man Boote fahren oder man fährt mit den Melippen-Tüch-Autos. Das geht für den Kampolin zu hüpfen. Kleine Kinder gehen gerne auf den Spielplatz. Toll ist auch die Papageien-Show. In einem Restaurant gibt es extra lackere Menüs für Kinder. Und im Kiosk kann man Ballone, Zuckermatte und Gläser kaufen. Vom großen Aussicht zum Ausgang kann man das ganze Lego-Lant beblicken. Wenn es regnet oder schneit, fährt automatisch das ganze Lego-Lant zu. Und die große Kobra-Bahn und Schalmach-Oppen-Rass. Musik Musik